Willkommen aus dem herbstlichen Kanada. Herbstliches Kanada ist heute. Gestern habe ich gehabt 35 Grad. Aber ich glaube, dass der heiße Sommer jetzt schon langsam einmal zu Ende ist. Heute habe ich Citywork und jetzt fahren wir zuerst einmal laden. Dann fahren wir zum Flughafen raus nach Winnipeg, also südlich vom Flughafen, wieder abladen. Es sind zwei Produkte mit Pumpe abzuladen. Was ist dazu aufpassen? Ja, dass man einfach die zwei Produkte nicht vermischt. Das ist eigentlich alles. So, ich bin mir da, mit der Funnel. So, ich bin mir da, mit dem Flughafen. So, ich bin mir da, mit dem Flughafen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 So, wie man sieht, die schlafen noch, nein, ich weiß nicht warum, auf jeden Fall kommen jetzt bei meiner Lieblingsladestelle, wie ich immer sage, nicht rein. Einer wartet zum Reihen von einem Jade, einer steht drinnen. Ich muss zum Glück woanders laden. Schau mal, was das halt wird. Ich muss zum Glück woanders laden. 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 Okay. Hey, Big Shooter. How's it going? Hey, I'm fine. Thank you. Thank you. Good, good. You only got the one product going today, the 9010. Okay. You got no ethyl plastic one. Okay. Yeah. Okay. So I'm going to get started and hook up everything and I'll get you going. Okay. No problem. Slow down. Send truckers yesterday? Yeah. Okay. Must be getting a hold. It's what I said, that I have only one product. It's also bad, I'm going to get ready. It's Friday. It's a little bit. It's a little bit. It's a little bit. It's a little bit. I think it's still good. I got to get started. I can't get started now. I can't get started. aufpicken, also aufsotteln. Ja, dann komme ich her, sage ich, um 12 Uhr war ich da, sage ich, hol den Trailer ab. Nein, der ist noch gar nicht ausgeladen, die Pumpe kaputt. Okay, das wird schon gekauft. Sag ich, Greis, wir haben das und das Problem. Ja, wurscht, fahr wieder heim. Dann bin ich wieder heimflin. Das ist chemisch gut in Kanada. So, jetzt habe ich schnell mal die Papiere ausgefüllt. Leider. Oder leider, ja. So, sehr klar, da wäre ich viel Papierkram hier. Das ist schon mal. Klasse? Das ist schon mal 1500. Dann schauen wir mal an, indem ich halbieren muss. Ich würde, ich würde, ich würde sagen, ich hätte nicht das richtig. Morgen. Du schaust da unten verschlotten aus. Ich komme ein bisschen früher heim. Ich habe nicht gedacht, aber ich weiß noch nicht, am Mittag wird es sicher werden. Außer einer fällt nur ein Blödsinn rein. Ich habe noch nicht gefragt. Die Frage ist, ob ich noch klar bin. Das bringt ja nichts zu tun. Warte mal, ich habe noch ein Sample. Okay. Geht schon wieder. Geht schon wieder. Oh, du schaust aus. Jetzt fahren wir wieder zurück auf die Waage. Dann kurz in die Firma, wegen dem Liegeschein. Dann kommen wir mit dem Siemehl. Und dann fahren wir mit dem Upload. Ja. 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 Und Ihr netts 5,070. Ihr geht zu gehen. 5,070, danke. See you. Did you get that all? Sorry? You came in at 21,500. Yeah, I have to wait, thank you. Okay, yeah, you're good to go. Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020